Hallo, hallo an alle, die vor den Osterferien den McDonnells-Podcast zum Thema Genuss hören möchten. Heute ist die Sonne vor den Osterferien. Ich denke an Spieße oder Grillen. Deshalb. Ich sehne mich nach Bancha, ist vietnamesisches Stretfood in Vietnam. Gegen Mittag duften die Straßen von Hanoi nach gegrilltem Schweinefleisch und köstlicher Süß-Sauersause. Dann heißt es Bancha. Warum nicht zur Osterzeit das coolste Barbecue des Sommers kochen? Bancha ist ein typisches Gericht aus Hanoi. Sie ist auch weltberühmt und das bekannteste vietnamesische Gericht, nach der ausgezeichneten Frühstückssuppe Voh, die hier in Europa zu einem reinen Trendgericht geworden ist. Die Vietnamesen können gut grillen und dieses Gericht besteht aus gegrilltem Schweinefleisch auf zwei Arten, Nudeln und einem Essig-Sauer-Dip. Barbecue, Bancha zum Mittagessen. Wenn Sie in Hanoi sind, können Sie es riechen, wenn es Ibanchak ist. Dies ist klassisches Streetfood und das Schweinefleisch wird über kleinen Feuern gegrillt. Sie essen es zum Mittagessen und nur zum Mittagessen. Nach 15 Uhr ist der Gottesdienst vorbei und der köstliche Grillgeruch verschwindet von den Straßen. Grillen Sie das ganze Jahr über Rippchen. Das Gericht wird auf zwei Arten mit Schweinefleisch zubereitet und normalerweise werden dünne Rippen verwendet. Sie können auch gefrorene Grillrippen verwenden, die Sie im Gefrierschrank finden. Die Hälfte der Rippchen wird in dünne Scheiben geschnitten und gegrillt, während der Rest gemahlen und zu kleinen Fleischbällchen geformt wird. Auch diese werden auf einem Grillrost gegrillt, wo die Brötchen dazwischen liegen. Wenn das Fleisch fertig ist, sollte es in eine süßsaure Sause aus Fischsosse, Essig, Chili, Limette und Zucker gegeben werden. Ohne diese wunderbare Kombination wäre das Gericht nicht dasselbe. Die Süßsauersause passt perfekt zum fetten Rippenfleisch. Aber die Kräuter nicht vergessen. Sie dürfen in der vietnamesischen Küche nicht fehlen. Es sind normalerweise Koriander und Sojasprossen, die angewendet werden. Minze kann verwendet werden, wenn Sie es wünschen. Grillen im Park Da es sich um echtes Streetfood handelt, empfehlen wir Ihnen, es mit den Fingern zu essen. Wenn Sie dieses Essen in den Park mitnehmen, können Sie Nudeln, Fleisch und Kräuter in Salatblätter, vorzugsweise Romano-Salat, legen. Beenden Sie die Soße und bewahren Sie die Kräuter und Salatblätter in Ihren eigenen Schachteln auf. Sie können die Nudeln im Wohraus kochen. Grillen Sie das Fleisch auf einem kleinen tragbaren Grill. Tatsächlich eignen sich die kleinen Grills perfekt für Banscha. Das Fleisch kommt nah an die Kohlen und gibt genau den leckeren Grillgeschmack, den sowohl die Fleischscheiben als auch die Frikadellen haben sollen. Wir hören ein großes Hurra für Banscha, das coolste Barbecue des Sommers zur Osterzeit. Probieren Sie etwas Neues auf dem Grill und bereiten Sie trendiges vietnamesisches Grillgericht Banscha zu. Das brauchen Sie für vier Personen. Ein Kilogramm Grillrippchen ohne Knochen und Schwöre oder mehr. Marinade 1,5 DL Fischsoße 5 Frühlingszwiebeln, in dünne Scheiben geschnitten 3 Knoblauchzehen, fein gehackt 1 Esslöffel Sojasoße 1 Teelöffel gemahlener schwarzer Pfeffer Süßsaure Soße 2 Esslöffel Fischsoße 5 Esslöffel Reise-SSIG 3 Teelöffel Zucker 1 DL Wasser 1 rote Chili, in Scheiben geschnitten 2 Knoblauchzehen, fein gehackt 1 Esslöffel Limettensaft 1 Päckchen Fadennudeln 1 Päckchen Sojasprossen oder Zuckerschoten 1 Topf Koriander 1 halber Topf Minze Das machst du! Schritt 1 schneiden Sie die Schweinereppchen in zwei Hälften. Eine zu einem feinen Teig zermahlen. Sie können dies von Hand in einer Küchenmaschine oder in einem Fleischwolf tun. Wenn Sie Grillrippen verwenden, entfernen Sie die raue Kante und malen Sie die Hälfte des Fleisches. Schritt 2 formen Sie kleine Kugeln in der Größe von Tischtennisbällen. Drücken Sie die Fleischbällchen so, dass sie wie ein Hockey-Puck aussehen. Schritt 3 bereiten Sie die Marinade zu und legen Sie die Frikadellen und die restlichen Fleischscheiben für zwei Stunden in die Marinade im Kühlschrank. Schritt 4 machen Sie die Sause. Achte darauf, dass sich der Zucker im Essig auflöst. Schritt 5 Nudeln kochen. Schritt 6 Salat und Kräuter waschen. Schritt 7 Das Fleisch aus der Marinade nehmen. Die Schweinescheiben grillen. Die Fleischbällchen werden in einem Doppelgrill gegrillt, so einen gibt es in den meisten Lebensmittelgeschäften ab einer bestimmten Größe zu kaufen. Schritt 8 Tauchen Sie dann das Fleisch in die Sause, bevor Sie es auf einem Teller mit Nudeln, Zuckererbsen und Kräutern anrichten. Für detailliertere Informationen zur Zubereitung asiatischer oder europäischer Kuchen hinterlassen Sie bitte Ihre Daten und klicken Sie unten auf die Schaltfläche Abonnieren, um kostenlose Beratungsunterstützung zu erhalten. Vielen Dank, dass Sie diesen McDonalds Podcast anhören und ihm folgen. Ich hoffe, dass Sie von den nächsten Videos hören werden. Mit freundlichen Grüßen Podcast von McDonalds 29. März 2023 Mm425 10 Inszna 23 24 25 26